Hallo, guten Morgen. Ja, ich wollte mal über Geld reden, weil jeden Tag, hallo, guten Morgen, Agi, Geld regiert die Welt. Hallo, guten Morgen. Ich wollte mal über Geld reden, weil es ist wirklich unglaublich. Geld beschäftigt uns unterbewusst die ganze Zeit. Guten Morgen, Maria. Wir sind uns gar nicht bewusst, aber immer wieder ist Thema Geld, Geld. Was kann ich mir leisten? Was kann ich mir kaufen? Kann ich das haben? Kann ich hier? Geld beschränkt uns in jeglicher Art und Weise einfach nur in unserem Denken. In unserem heimlich still und leise Denken in unserem Kopf haben wir immer diese Geldschranke drin. Und die ist uns angeboren, die wird uns präsentiert von unserem Umfeld. Die ganze Zeit, alle denken so, alle überlegen sich immer wieder, wie mache ich das mit dem Geld? Wie bezahle ich meine Rechnungen? Wo kommt das nächste Geld her? Kann ich mir das denn leisten, was ich mir wünsche? Geld bestimmt unsere Welt. Also unsere meine ich mit, unsere private Welt. Deine individuelle Welt wird durch Geld bestimmt. Und diese ganzen Limitierungen, die du im Kopf hast, ich sage jetzt einfach mal du, dabei nehme ich mich ja nicht aus, sondern die du im Kopf hast, die beziehen sich alle auf die Vorstellung, die du über Geld hast. Was du über Geld glaubst, was du darüber glaubst, woher Geld für dich kommen kann, was du darüber glaubst, wie viel Geld zu dir kommen kann, wann, aus welchen Quellen, all das, was du glaubst, das ist so. Und du glaubst ganz schön viel, was Geld betrifft. Wir alle glauben wahnsinnig viel, was Geld betrifft. Wir haben so viele Vorstellungen, Glaubenssätze, Überzeugungen über Geld. Und vor allem ich als Unternehmensberaterin, früher Ehemalige, bin immer damit beschäftigt gewesen, Strategien zu finden, um langfristigen Umsatz, langfristige Existenzsicherung eines Unternehmens zu generieren. Und eine Vorstellung davon war, wenn die Qualität hoch ist, wenn wir hohe Qualitätssicherung haben, dann sind wir gut genug, damit ganz viele Leute zu unserem Unternehmen kommen und Geld dalassen. Damit wir als Unternehmen existieren können, Geld verdienen können, unsere Mitarbeiter bezahlen, ja. Das ist mal die Perspektive des Quality Management. Und diese Perspektive des Quality Management für Unternehmen, das ist ja ganz, ganz wichtig, ja. Wenn du nicht gut bist, wenn du nicht schaust, dass du gut genug bist, wenn deine Qualität nicht stimmt, dann kommt keiner zu dir und kauft bei dir. So, und jetzt nimmst du mal diese Idee des Quality Managements und überträgst sie auf dich als Mensch. Weil das ist unsere kollektive Idee, zu sagen, wir sind nicht gut genug und wir müssen immer besser werden. Und davon hängt unser Erfolg ab. Und das ist alte Welt. Das ist genau diese alte Welt und die ist überall so präsent. Diese Vorstellung, einfach nur diese Basis, wenn wir nicht endlich gut genug werden, dann werden wir nicht langfristig gutes Geld verdienen. Aber was ist, wenn, was ist, wenn wir alle schon so super sind? Was ist, wenn in uns allen schon alles drin ist, was es nur braucht, um frei und in Fülle zu leben? Was ist, wenn das alles schon so ist? Warum können wir das nicht in unserem Kopf akzeptieren, dass wir alle schon so fantastisch sind, egal an welchem Punkt wir in unserem Leben stehen? Was ist, wenn uns gar nichts mehr fehlt? Was ist, wenn du tatsächlich schon so großartig bist, dass du einfach nur noch zulassen musst, dass du so großartig bist und dass du liebenswert bist und dass Liebe sich in Symbolik von Geld, das zu dir kommen darf, das bei dir bekommen darf, manifestieren darf? Was ist, wenn du als absolutes, perfektes, göttliches Wesen schon alle Anrechte bekommen hast, dass Geld zu dir regnet? Ja, stell dir das einfach nur mal vor. Was ist, wenn Geld kein Thema mehr ist? Wer nimmt sich schon mal die Zeit, sich da reinzulassen und zu sagen, was ist, wenn Geld kein Thema mehr ist? Was müsste dann logischerweise sein, wenn Geld in meinem Leben kein Thema mehr ist, habe ich alles richtig gemacht? Das ist ja so eine logische Konsequenz, wenn ich zuerst glaube, ja, ich muss immer besser werden, ich muss immer mehr tun, damit ich gut genug bin, dass Geld zu mir kommt, dann kann doch der Umkehrschluss sein, was ist, wenn, wenn ich das alles jetzt schon erreicht habe, wenn, wenn es jetzt schon gut genug ist, dann muss ja jetzt Geld zu mir kommen, dürfen, ja, Geld zu mir kommen dürfen, warum sollte es nicht kommen? Warum sollte Geld nicht zu mir kommen jetzt? Warum sollte Geld nicht zu dir kommen jetzt? Welche unendlichen Quellen von Geld gäbe es? Und wie viele von diesen unendlichen Quellen, wo Geld zu dir kommen könnte, als Symbol, dass du perfekt bist, dass du großartig bist, welche Quellen kannst du dir vorstellen? Und du kannst dir vielleicht ein paar Quellen vorstellen. Ich rege dich an, dass du dir eine Liste machst und aufschreibst, was glaube ich, wo Geld zu mir kommen könnte. Und die Wahrscheinlichkeit, die kannst du mal weglassen. Wie wahrscheinlich ist es für mich, dass ich jetzt etwas erbe, zum Beispiel? In meiner Welt, in meiner Gedankenwelt, in meiner logischen Welt, wenn ich alles zusammenzähle, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich etwas erbe, gegen Null. Für mich persönlich. Bei dir ist es etwas wahrscheinlich anders. Aber könnte es nicht doch vielleicht irgendwie sein, dass ich auf eine Art und Weise vielleicht etwas erben würde? Kann ich das ausschließen? Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwie etwas erbe. Kann ich nicht ausschließen? Weil ich weiß ja nicht alles. Okay, also, Erbe könnte eine Möglichkeit sein. Könnte ich auf irgendeine andere Art und Weise noch zu Geld kommen? Natürlich über mein Business. Logisch. Mein Business, da könnte ich zu Geld kommen. Das kann ich auch akzeptieren, dass ich über mein Business zu Geld kommen könnte, kommen kann, über mein Business zu Geld komme. Kann ich über mein Business zu mehr Geld kommen? Ja. Wie kann ich über mein Business zu mehr Geld kommen? Da fängt es schon an. Wie? Wie kann ich über mein Business zu mehr Geld kommen? Muss ich das denn überhaupt wissen? Muss ich überhaupt wissen, wie ich über mein Business zu mehr Geld kommen kann? Im Moment muss ich es nicht wissen. Es reicht ja, dass ich weiß, wow, ich kann definitiv über mein Business zu mehr und zu mehr Geld kommen. Kann ich über noch eine andere Art und Weise zu mehr Geld kommen? Dann fängt mein Gehirn wieder an zu rattern, ja? Wie kann ich, und dann schon wieder diese Wie-Frage. Wie? Wie kann ich, wenn es nicht mein Business ist, wenn es nicht ein Erbe ist, wie kann ich zu mehr Geld kommen? Was fällt mir ein? Hm, da wird es dann schon mager, oder? Es könnte mir aber jemand was schenken. Es könnte mir tatsächlich irgendjemand, irgendjemand Geld schenken. Ja klar, ein Euro, zehn Euro, kann ich mir alles noch vorstellen. Aber gibt es nicht irgendwo in der Welt, wo einfach tausende von Euros verschenkt worden sind? Ja, das gibt's. Ich weiß zum Beispiel, wo es keinen Nachfolger gegeben hat, hier bei uns für ein Hotel, das ein komplettes Fünf-Sterne-Hotel, in Anführungsstriche, verschenkt worden ist. Gibt's das oft? Nein, aber es gibt's. Also kann Geld verschenkt werden. Also kann ich mich ja mal zu dieser Wahrscheinlichkeit auch mal öffnen, dass Geld verschenkt werden kann. Aber jetzt musst du achten, ja, aber wie solltest du mir verschenkt werden? Wer, jetzt schon wieder diese W-Frage, wer sollte mir Geld schenken? Das brauchst du nicht wissen. Aber du musst einfach happy sein mit dem Gedanken, dass irgendjemand dir Geld schenken könnte. Und was ist denn schon Geld? Geld ist ein Symbol für einen Wert. Also nimmst du Geld aus der Gleichung, nimmst du Geld aus der Vorstellung und dann sagst du dir, ah ja, könnte mir jemand irgendetwas Wertvolles schenken? Ja, könnte. Was könnte das sein? Schon wieder eine W-Frage. Brauche ich nicht. Aber dass du einfach mal deinen Horizont erweiterst und einfach mal erkennst, wo bist du denn beschränkt? Wo bist du unterbewusst die ganze Zeit beschränkt, wenn es darum geht, wie wert, wie Geld in dem Sinne, wo du quasi Wert empfängst und auch wieder Wert, Wertschätzung weitergeben kannst. Wo bist du da eingeschränkt? Wo machst du dir da wirklich aus dem Feld der unbeschränkten Möglichkeiten, wo ziehst du dir da so ein ganz kleines Mini-Feld raus? Wo ist, in welchem, wie groß ist dein Feld der unbeschränkten Möglichkeiten? Wie sehr lässt du dich einschränken durch deine Vorstellungskraft, durch das, was du dir vorstellen kannst? Und wie viel mehr wäre denn noch möglich, wenn du dir so viel mehr erlauben würdest? Einfach sich mal wirklich hinzusetzen und drüber nachzudenken, was beschränkt mich denn unterbewusst die ganze Zeit, wenn ich über Geld nachdenke, meine Überzeugungen über Geld. Und die einzige Frage ist mal, wo könnte es herkommen? Warum sollte es herkommen? All diese W-Fragen. Aber dann gibt es noch eine ganz andere wichtige W-Frage, und zwar, was symbolisiert Geld für mich? Und dann, wenn du das rausgefunden hast, was Geld für dich symbolisiert, dann merkst du vielleicht auch, dass du ein Problem hast mit diesem Symbol. Ja, dass du, dass Geld für dich wirklich Dinge symbolisiert, mit denen du nicht einhergehst, wo du sagst, nö, das will ich nicht. Und dann eben unterbewusst dieses ganze Symbol Geld ablehnst in deinem Leben. Und das ist der Hauptgrund für die meisten Menschen, warum sie kein Geld haben, weil sie ein Problem mit Geld haben. Weil sie eine Vorstellung von Geld haben, das ihnen nicht erlaubt, eine liebevolle Beziehung mit Geld einzugehen. Und die erste schlimmste Vorstellung ist, ich nehme Geld von anderen weg. Ja, und diese Vorstellung, die ist eine der tödlichsten Vorstellungen, die dir nicht erlauben, Geld zu empfangen. Für was auch immer du Geld empfangen würdest. Ich meine, eigentlich brauchst du gar keinen Grund. Du kannst Geld einfach nur empfangen, weil du ein Geldempfänger bist. Du kannst Geld empfangen, weil du sagst, man möchte mir immer Geld geben. Ich bin jemand, dem man gerne Geld geben möchte. So, und wenn du jemand bist, dem man gerne Geld geben möchte, wie ist es dann, wenn du sagst, naja, aber gleichzeitig nehme ich dann den anderen Geld weg. Wenn du diesen Grundsatz trotzdem noch drin hast, zwar jemand bist, dem man gerne, hallo Annett, zwar jemand Geld geben möchte, aber gleichzeitig sagst, oh, ich nehme jemand anders das Geld weg. Dann hast du schon quasi eine Nullgleichung gemacht. Einerseits möchtest du mit dem Glaubenssatz, ja, ich bin jemand, dem man Geld geben möchte. Vielleicht hast du das auch verinnerlicht in dir. Und gleichzeitig hast du aber trotzdem den Glaubenssatz, ja, aber irgendjemand muss sich ja das Geld wegnehmen. Und dann geht es schon nicht auf. Ja, dann hättest du zwar die Empfangsbereitschaft, Geld anzunehmen, aber gleichzeitig hast du den Kanal von anderen Menschen, hast du zugemacht, weil du möchtest ja niemandem sein Geld wegnehmen. Das ist eine ganz, ganz verflixte Sache mit diesem Geld. Wie viel Geld darf ich verlangen? Kennt ihr diese Frage? Wie viel Geld darf ich verlangen? Das fragst du dich selber. Und der andere fragt dich, wie viel Geld nimmst du für deinen Dienst? Wie viel Geld nimmst du? Das ist nämlich eine ganz krasse Frage. Wie hoch ist dein Preis? Aber dreh mal die Frage um und frage dich, wie viel Geld nimmst du? Dann siehst du nämlich schon mal bei dieser Frage, dass du entscheidest, wie viel Geld du nimmst. Und zwar, wie viel Geld nimmst du von jemand anderen weg? Und wenn du das glaubst, dass du von jemand anderem Geld wegnimmst oder dass du jemand anderen irgendwo dazu zwingst, etwas herzugeben, was er nicht hergeben will, dann wirst du schon wieder eingeschränkt. Hallo Elisabeth. Und wie wäre es denn, wenn du sagst, wie viel Geld empfängst du? Wie viel Geld empfängst du? Und was wäre, wenn es überhaupt nicht darum geht, ein Preis-Leistungs-Verhältnis herzustellen, sondern was wäre, wenn es darum geht, ein Preis-Energie-Verhältnis herzustellen? Ein Preis-Energie-Verhältnis. Preis ist Geld, also ein Energie-Geld-Verhältnis herzustellen. Wie geht das, ein Energie-Geld-Verhältnis herzustellen? Du bist Energie. Das, was du anbietest, das, wofür du Geld jetzt im Moment empfangen möchtest, das steht im Verhältnis zu der Geld-Energie. Wie? Wie ist denn das? Geld-Energie-Verhältnis. Hallo Annette, danke. Überleg dir das mal, was auch immer du anbietest. Ja, ich sehe jetzt gerade ein paar, ich weiß, manche bieten Coachings an, manche bieten Kunstwerke an, manche bieten sonstige Dienstleistungen an. Aber wie viel Energie gibst du mit, dem, was du anbietest? Und das macht den feinen, kleinen Unterschied. Schau mal, zum Beispiel ein Kunstwerk. Ich nehme jetzt einfach mal ein Bild. Ein Bild. Das ist einfach ein Bild auf einer Leinwand. Und da ist Energie drin. Deine Energie. Und dabei geht es nicht darum, wie lange du deine Energie da rein fokussiert hast. Wie lange du an diesem Bild gemalt hast. Sondern da geht es darum, wirklich welche Qualität von Energie in diesem Bild ist, das du malst. Oder nimm einen Musiker, ja. Warum gibt es so viele unterschiedliche Musiker? Die sind alles gute Musiker. Aber der Unterschied ist doch wirklich, wie bewusst der Musiker, der Künstler oder sonst der Anbieter sich über die Energie ist, die er weitergibt. Das ist doch geil, oder? Das ist doch geil, oder? Die Energie. Wie viel Energie? Hallo Susanne. Wie viel Energie ist da in dem drin, was du der Welt zur Verfügung stehst und dafür Geld annimmst. Wie viel Hingabe ist da drin? Wie viel Begeisterung von dir ist da drin in diesem, was auch immer du zur Verfügung stellst, wofür du sagst, okay, das kriegt ihr und dafür nehme ich Geld wert. Ja, Geld-Energie-Verhältnis. Das müsst ihr euch wirklich mal aufschreiben, wenn ihr überlegt, wie hoch ist das Geld-Energie-Verhältnis. Und das Geld-Energie-Verhältnis kann nicht hoch sein. Ja, sehr schönes Gefühl, gell? Und das Geld-Energie-Verhältnis kann nicht hoch sein, wenn du nicht begeistert bist von dem, was du tust. Wenn du es nicht von ganzem Herzen machst, wenn du es nicht einfach so, so sehr liebst. Ja, je mehr begeistert du bist von dem, was du tust, von dem, was du für Geld zur Verfügung stellst für andere. Das ist dieses eine wichtige Ding. Und wenn du es liebst und wenn du begeistert bist, dann hast du ein hohes Geld-Energie-Verhältnis. Das ist schon mal die eine Wirkung, die wichtig, wichtig, wichtig ist. Und dann ist die andere Wirkung noch, wie hoch ist dein Empfangsmodus? Dass du diese Energie, die du bereit bist auszugeben, dass du die auch wieder bereit bist zu empfangen. Ja, und das muss natürlich in einem Ausgleich sein. Und deswegen kannst du Sachen, die für dich energetisch absolut hochwertig sind, nicht in einem entsprechenden Ausgleich in die Welt bringen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich habe ja eigentlich sonst immer ziemlich hohe Preise, nicht absolute Hochpreise für mein Coaching. Aber jetzt mache ich ja dieses Money-Magnet für 499 Euro. Ich hatte es vorher bei 3.000 Euro. Es ist absolut hundertprozentig wert. Hundertprozentig ist es wert bei 3.000 Euro. Was bewegt mich dazu, das für 499 Euro jetzt zu machen? Und zwar der Impuls, einfach zu sagen, okay, wenn ich jetzt weniger Geld nehme für dieses Programm, das eigentlich 300 Euro wert ist, damit aber durch diese Energie, durch meine Energie, zwar nicht so viel Cash erzeuge in diesem Moment, erzeuge ich dennoch für mich als Gegenwert von mehr, 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 mehr Menschen die gleiche Energie letztendlich. Letztendlich stimmt das Verhältnis nachher halt doch, weil ich aus mehr Menschen nachher die entsprechende Energie zurückbekomme. Eigentlich ist es so einfach. Und das kann ich natürlich dann auch noch skalieren und skalieren und skalieren, aber das liegt nur bei mir. Das liegt nur bei mir. Ich entscheide. Ich entscheide, wie bringe ich mein Geld-Energie-Verhältnis in den Ausgleich. Und das ist halt dieser Punkt im Kopf, den wir uns wirklich klar machen dürfen und wo wir immer wieder entscheiden dürfen, wie mache ich es, ja? Wie mache ich es? Und diese Vorstellung, danke Annette, diese Vorstellung einfach, ich muss es immer gleich machen, das ist auch wieder eine falsche Vorstellung hier in unserem Leben. Ja, ich kann es ja nicht verändern. Ich habe es ja vorher für 300 gegeben, jetzt kann ich es doch nicht für 3.000 gegeben, jetzt kann ich es doch nicht für 499 geben. Warum nicht? Ja, aber wird es dann schlechter? Muss es nicht schlechter werden? Aber ihr spürt es. Und ihr spürt immer die Energie des Gegenübers, ihr spürt immer die Energie und die sagt euch dann, ja, diesen Preis will ich dafür bezahlen, in diesem Moment ist es für mich richtig. Und das ist das Ausschlaggebende, du entscheidest, wie du es haben willst. Und du darfst es heute so haben und morgen so haben wollen. Das darfst du. Es ist nämlich nur deine Energie, die entscheidet, wie viel Geld du bereit bist zu empfangen. Und niemand sagt dir, ja, du darfst es nur von zwei Leuten empfangen oder von 200 Leuten oder von 2.000 Leuten. Das entscheidest auch wiederum du. Also einerseits das Empfangen und andererseits natürlich die Balance des Gebens. Und das ist so ein ganz anderes Denken wie Preis-Leistungs-Verhältnis, ja. Wie viel ist jetzt ein Kaffee wert, ja. Preis-Leistungs-Verhältnis für einen Kaffee. Ich sage es euch, bei uns gibt es Orte, da kaufst du einen Kaffee für 5 Euro. Ja, 5 Euro für einen Kaffee. Warum kostet der Kaffee an einem Ort 5 Euro und in einer Bar in Italien irgendwo noch 80 Cent? Der gleiche Kaffee. Was ist der Unterschied dahinter? Da sind natürlich ganz viele Kostenberechnungen dahinter. Aber letztendlich, genau, letztendlich, was bewegt dich dafür, dazu, einen Kaffee für 5 Euro zu kaufen, wenn du woanders ihn für 80 Cent kaufen könntest? Es ist die Energie. Es ist nur die Energie. Und das dürfen wir lernen. Das dürfen wir wirklich lernen. Es ist die Energie und die Energie entsteht wie? Die Energie entsteht dadurch, was ich mir vorstelle. Es ist immer, was ich mir vorstelle. Und wenn ich mir vorstelle, ein Kaffee für 5 Euro ist teuer. Wenn ich mir vorstelle, ein Kaffee für 5 Euro ist teuer, dann bin ich jemand, der sich vorstellt, ein Kaffee für 5 Euro ist teuer. Aber wenn ich mir vorstelle, ein Kaffee kostet halt das, was er kostet und es ist mir wurscht, weil ich nehme den Kaffee dann und dort, wann ich ihn halt haben will. Und mache mir nicht mal Gedanken darüber, wann wie viel dieser Kaffee kostet. Dann bin ich jemand, der frei ist vom Kaffeepreis. Ich entscheide einfach, der Kaffee gefällt mir hier und jetzt und jetzt will ich ihn haben. Genau. Und dann ist er gut, der Kaffee. Dann freue ich mich darüber. Und bei allen anderen Dingen im Leben sollte es eben auch so sein, weil Geld ist göttlich. Geld ist göttliche Energie. Göttliche Energie ist wie? Da müssen wir uns erst noch mal darauf einschwingen. Weil wir kennen ja so die Mangelenergie und die ganze Vorstellungsenergie und diese Paradigmen, die gehören geschifftet. Und vor allem das wichtigste Paradigmen, das auch noch geschifftet ist, gehört, dass derjenige, der Geld hat, Macht über mich hat, wo ich kein Geld habe. Das ist übrigens auch ein ganz ätzendes Paradigma, eine ganz ätzende Vorstellung. Und ich glaube, ja, die haben Geld, wer auch immer die sind und die haben Macht über diejenigen, die kein Geld haben. Ist es wirklich so? Danke für die Herzchen, Anne. Dieses Machtgedenken. Nein. Die können mir doch völlig wurscht sein. Genauso wenig wie mir diejenigen völlig wurscht sein können, die ihren Kaffeepreis festlegen zwischen 80 Cent und 5 Euro. Die können mir doch auch wurscht sein. Ich entscheide doch, wann und wie ich Kaffee trinke. Und genauso entscheide ich alles andere eben auch. Und das muss ich wissen, da muss ich in diese Kraft kommen, da muss ich in meine Power reinkommen und ich muss in meinen Schöpfermodus reingehen. Und ich kann mich nicht mehr irritieren lassen von den Sachen, die mir im Außen geboten werden und mich gerade in diesem Moment vielleicht stören. Weil wenn es mich stört, dann lehne ich es ab. Und wenn ich es ablehne, dann kommt es auf gar keine Art und Weise zu mir. Das ist bei allem so. Wenn du deinen Partner auf irgendeine Art und Weise ablehnst, wenn er dich irgendwie stört, wenn er dich irgendwie nervt, dann wird er nicht nahe zu dir kommen. Dann wird da keine Nähe und keine Harmonie entstehen. Es ist immer so. Es ist das Gesetz der Energie. Und du kannst es nicht zulassen, dass dich Dinge ärgern, nerven oder stören, die du eigentlich haben möchtest. Das geht nicht. Und da geht es darum, das Ganze zu bereinigen, das Ganze klar zu kriegen. Ein Selbstbild in Bezug auf Geld, sein Selbstbild in Bezug auf Geld in der Welt und so weiter und so fort klar zu kriegen. Ja, schöner Paradigma ist auch, die anderen sind nur nett zu mir, weil ich Geld habe, was bei ihnen kaufe. Ja, das ist auch diese Vorstellung. Die mögen mich, weil ich Geld bei ihnen lasse. Aber es ist doch so, ich lasse Geld bei ihnen, weil ich sie mag. Das ist doch die Wahrheit, oder? Die Wahrheit ist, ich lasse Geld bei ihnen, weil ich sie mag. Ich lasse Geld bei ihnen, weil ich ihr Angebot mag. Ich lasse Geld bei ihnen, weil ich begeistert bin von dem, was sie haben. Und warum bin ich begeistert von dem, was sie haben? Weil sie wiederum begeistert sind von dem, was sie haben. Ja, das macht so den einzigen großen Unterschied. Und wenn du begeistert bist von dem, was du hast, dann darfst du es der Welt zeigen. Dann darfst du der Welt kundtun, dass du begeistert bist von dem, was du hast. Und das machen die wenigsten, weil da wieder diese ganzen Paradigmen dahinter sind. Was sollen denn die anderen denken? Ja, was sollen denn die anderen von mir denken? Und ich kenne das doch alles. Was sollen denn die anderen von mir denken, wenn ich plötzlich über göttliches Geld rede? Sie mögen mich, weil wir Energien tauschen? Sie mögen mich, weil wir Energien tauschen? Weiß ich nicht. Das ist auch wieder so eine Abhängigkeit, oder? Das ist so eine Bedingung. Sie mögen mich, weil wir Energien tauschen? Nein, sie mögen dich, weil du dich magst. Sie mögen dich, weil du jemand bist, der mag. Der sich selber mag, der das Leben mag, der mag, was er tut und der mag, was er denkt. Bist du jemand, der mag, was er denkt? Das ist auch wieder eine geile Frage. Wer von euch ist jemand, der mag, was er denkt? Susi, bist du jemand, der mag, was sie denkt? Magst du, was du denkst? Ich mag nicht immer, was ich denke. Aber wenn ich es nicht mag, dann versuche ich es eben anders zu denken. Weil es fühlt sich ja für mich nicht gut an, wenn ich Sachen denke, die ich nicht mag. Tut euch mal kontrollieren. Wie oft denkt ihr was, was ihr nicht mögt? Wie oft denkt ihr ablehnendes Zeug? Wie oft denkt ihr verurteilendes Zeug? Wie oft denkt ihr einschränkendes Zeug? Wie oft denkt ihr Sachen, die ihr nicht denkt? Ja, öfter. Ja, klar. Aber es muss keiner was denken, was er nicht mag. Was immer, D-H-L. Aber ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst. Immer mehr. Ja, genau. Also immer mehr magst du Sachen, die du denkst. Und wir können doch den ganzen Tag Sachen denken, die wir mögen. Ja? Das ist auch so einfach. Warum denken wir Sachen, die wir nicht mögen? Warum denken wir Sachen, die wir ablehnen? Warum denken wir Sachen, die sich schlecht anfühlen? Warum machen wir das? Weil wir es halt gelernt haben. Aber das Schöne ist ja, was wir gelernt haben, können wir auch wieder umlernen. Und da komme ich jetzt auch zum Schluss gerne. Und zwar das Umlernen, das findet ja im Bewusstsein statt, im bewussten Verstand. Und dieses Bewusstsein, das ist ja auch wichtig, dass wir das lernen, dass wir bewusst sind, was denn überhaupt abläuft. Ja? Dass wir eben nicht unterbewusst einfach unser Zeug laufen lassen und gar nicht merken, warum wir uns denn so schlecht fühlen, wie wir uns denn fühlen. Sondern, dass wir uns tatsächlich bewusst reflektieren, die ganze Zeit. Und dass es aber auch nicht anstrengend ist, sich bewusst zu reflektieren, sondern dass wir ja da ein Messgerät in uns drin haben. Fühlst du dich gut? Denkst du gute Sachen. Fühlst du dich schlecht? Denkst du schlechte Sachen. Fühlst du dich beschissen? Denkst du beschissene Sachen. Du merkst es ja gleich, wenn du auf Abwägen bist, ja? Und nimm das doch mal an, dass wenn es dir gerade scheiße geht, dass es damit zu tun hat, was du gerade mit dir machst im Kopf. Gestern Strafzettel bekommen und erst negativ gedacht und dann geswitcht, ist mein Geschenk an die Stadt. Die Stadt, ja genau, ist dein Geschenk an die Stadt. Und vor allem, die Stadt, die schenkt dir ja auch was dafür, oder? Die Stadt schenkt dir Aufmerksamkeit. Ja, der Polizist war jetzt richtig schön aufmerksam auf dich. Die Stadt schenkt dir Ordnung sozusagen oder die passen gut auf. Bla, 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 bla. Und dann zum anderen, fehlt dir das Geld? Das ist ja auch wieder die Sache. Fehlt dir das Geld überhaupt für diesen Strafzettel? Dann, oh, jetzt kommt mein Sohn, der hat wieder einen Schlüssel vergessen. Jetzt muss ich aufmachen. Ja genau, fehlt dir das Geld für diesen Strafzettel? Oder ist es einfach nur mal wieder ein Punkt, wo du sagen kannst, hm, was bedeutet dieses Geld eigentlich für mich, wenn ich jetzt diesen der Stadt gebe? Genau, und ich habe übrigens auch schon 120 Euro Strafzettel bezahlt für Parken. Äh, 120 Franken für Falschparken. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist auch ganz viel Geld. Und da musste ich halt auch mein Mindset ein bisschen ändern, sonst würde mich das heute auch noch ärgern. Ja, auf jeden Fall, dieses Liebe, Liebe, Geld. Leute, es ist so wichtig, dass wir da dran arbeiten. Es ist so wichtig, dass jeder Einzelne von uns, der hier ist, mit Herzen im Leben ist, mit Herzen für andere, mit dem Herzen für Schönheit, mit dem Herzen helfen und unterstützen will. Dass ihr euch Geld erlaubt. Und dass ihr euch viel Geld erlaubt. Warum ist es denn okay, dass Menschen, die kein Geld haben, sich teure Autos erlauben? Warum ist es in deiner Welt okay, dass jemand sich ein teures Auto oder ein teures Haus kauft, aber nicht in dein Angebot teuer investiert? Weil es ihm doch eigentlich so viel mehr bringen würde, als ein teures Haus oder sein teures Auto. Und übrigens, wie wäre es denn, wenn es keine Entweder-Oder-Entscheidung ist? Wenn ich alles haben kann. Wenn ich das teure Auto haben kann, das teure Haus und dein teures Produkt. Weil ich es einfach so liebe. Weil du es so liebst. Weil ich es unbedingt bei mir haben möchte. Und darum geht es, zu erkennen, dass ich den Menschen nichts wegnehme. Und immer wieder zu denken, wie viel Geld jemand anders hat und wie viel Geld jemand anders bereit auszugeben ist, für was du auch anmietest. Das ist doch nicht deine Aufgabe, das zu denken. Sondern deine Aufgabe ist zu denken, wie toll ist das, was du anmietest. Und das fängt damit an, wie toll bist du denn in dieser Welt? Und wer bist du in dieser Welt? Was bist du für eine Art von Geldempfänger? Was denkst du über Geld? Und was du über Geld denkst, das dürfen dann andere von dir auch annehmen, was du über Geld denkst. Und wenn du tolle Sachen über Geld denkst, dann möchte ich dir mein Geld geben, weil du ja tolle Sachen über mein Geld denkst. Aber es ist ja auch egal, was du über mein Geld denkst und was ich über dein Geld denke. Ich bestimme. Ich bestimme. Genauso wie mit dem Strafzettel. Genau. Du bestimmst, Annett, was du über diesen Strafzettel denkst. Wir bestimmen immer alles selber. Wir bestimmen, wer die anderen Leute sind. Wir bestimmen, was die anderen Leute sind. Wir bestimmen, was die anderen Leute über unsere Angebote denken. Wir bestimmen, was die anderen Leute überhaupt denken. Wir bestimmen einfach alles. Also sollten wir uns angewöhnen, das zu bestimmen, was sich gut anfühlt. Und wir haben alle die Möglichkeit, das zu tun. Aber es ist ein bisschen eine Arbeit. Es ist ein bisschen ein Aufwand damit. Es ist einfach, wir können es nicht schleifen lassen. Du kannst es nicht schleifen lassen. Und dann wieder von außen irgendwelche Überzeugungen annehmen, die sich nicht gut anfühlen. Oder deine eigenen Überzeugungen wieder potenzieren und hochspielen. Das kannst du nicht machen. Und diesen Grundstein möchte ich mit euch grundlegend verändern in Divine Money. Weil für mich ist einfach wirklich diese göttliche Vorstellung von mir als göttliches Lebewesen in einer göttlichen Welt der Fülle, der Liebe, der Begeisterung und der Schönheit. Einfach so dieser Kern der Wahrheit, den wir vergessen haben. Den wir vergessen haben. Und weil wir es vergessen haben, haben wir uns in eine Welt reinziehen lassen, die nach Regeln funktioniert, die uns gerade ganz deutlich dokumentiert werden, die nichts mit Liebe zu tun haben, die nichts mit Fülle zu tun haben und die schon gleich gar nichts mit Göttlichkeit zu tun haben, sondern nur mit Macht und Unterdrückung. Und nur wenn wir aus dieser Welt der Macht und Unterdrückung aussteigen und wissen, es gibt diese andere Welt, die göttliche Welt der Fülle, können wir da kreieren und mehr und mehr machen. Und das Geld aus dieser Welt der Macht, der Korruption und Manipulation, können wir die aushungern. Wie wäre es, wenn wir die aushungern? Dieses Geld kommt nur noch in unserer Welt. Das zirkuliert nur noch in unserer Welt. Und die können in ihrer Welt machen, was sie wollen, hat aber mit uns gar nichts zu tun, weil wir unsere Welt haben. Unsere Welt der Heilung. Unsere Welt der Fülle. Unsere Welt der Gesundheit. Unsere Welt der Liebe. Und wir arbeiten nur mit unseresgleichen zusammen. Wo die Energie eben stimmt. Wo ich mein Geld dorthin gebe, wo hochgradig mit Energie gelebt, geliebt wird. Da gebe ich mein Geld hin. Da gebe ich meine Gesundheit in die Hände. Oder lasse mich gesundheitlich unterstützen. Es hole mir alle mögliche Unterstützung, wo ich brauche. Aber nicht dort in der Welt der Macht und der Korruption, wo kein Herz drin ist. Da muss doch gar keiner hingehen. Wir haben ja so, so viele Alternativen. Und das muss uns bewusst werden. Und wir können einfach sagen, ja, diese Welt, die wird aushungern. Wir kreieren diese Welt der Schönheit, diese Welt des Glücks, diese göttliche Welt der Fülle. Und die wird immer, immer größer. Wir müssen uns nur ganz klar und deutlich entscheiden, dass wir in dieser anderen Welt gar nichts mehr zu suchen haben. Wir müssen da auch gar nicht mehr uns hinbegeben in Ablehnung, Hass oder was auch immer. Sondern wir gehen in diese Welt mit den Menschen, die es schon verstanden haben, wie eben ein Energiewerhältnis aussieht. Und wie man energetisch lebt, arbeitet, denkt, fühlt und handelt hochenergetisch. Ja? Danke, Annette. Danke für dein Sein auch. Ja, und da will ich einfach Anregungen machen, dass wir uns diese Perspektiven aufsetzen und einfach sagen, ja, wie will ich es haben? Was brauche ich? Wo sind die richtigen Menschen, mit denen ich das machen möchte? Und dann werden wir alle blühen. Wir werden alle blühen, wenn wir uns das erlauben. Weil wir uns eine Welt, wo die Menschen einfach blühen, erblühen und einfach schon genug und perfekt sind, erlauben. Und das ist alles, was ich eigentlich für mein Wohlergehen tue, dass ich einfach sage, immer mehr und mehr und immer, immer tiefer, in was für einer Welt will ich leben? Mit welchen Menschen will ich mich umgeben? Nicht das andere ablehnen oder was weiß ich nicht, was verteufeln oder versuchen, das andere zu verändern. Das darf ja von mir aus sein. Aber es bestimmt nicht mein Wert, es bestimmt nicht meine Fülle. Danke, Susi. Es bestimmt nicht meine Fülle. Es bestimmt auch nicht, wie viel Geld ich habe, wie viel Geld ich verdiene, wie viel Geld ich in diese Welt bringe. Und glaub mir, es ist ja so viel Geld in dieser Welt. Also, ich will jetzt da nicht groß rausschreien, aber wenn du nur hinguckst, wo du Geldverschwendung hoch 2000 einfach siehst, wo Geld ausgegeben wird für Sachen, die kein Mensch wirklich braucht. Ich nenne hier keine Namen. Aber da ist so viel Geld, Leute. Holen wir uns das. Holen wir das in die göttliche Welt, dieses Geld. Da ist so viel. Es ist kein Mangel. Es herrscht kein Mangel. Das ist fake. Mangel ist eine Lüge. Mangel ist etwas, was uns vorgegaukelt wird. Es gibt keinen Mangel an Geld. Es gibt es nicht. Es gibt einfach nur diese mangelhaften Vorstellungen, die mangelhaften Energien in uns, diese unterdrückten Energien, diese beschränkten Energien, die uns davon abhalten. Aber dass Geld Mangelware ist, dass du Geld nur bekommen kannst, wenn du dich verkaufst, deine Zeit, deine Stunden, dein Glauben sogar noch an das, was du glaubst, an deine Wertvorstellungen. Wenn du das alles glaubst, opfern zu müssen, für das bisschen Geld, was du kriegst. Nee, das ist nicht so. Es ist nicht so. Und es macht so weh, wenn du das glaubst. Und wenn es weh macht, dann kann es nicht die Wahrheit sein. Also bitte glaube das nicht mehr. Glaub das einfach nicht mehr, weil es nicht stimmt. Es stimmt einfach nicht. Ich habe es lange genug geglaubt auch. Und es hat lange genug wehgetan, diese Vorstellung. Und es ist so mühsam und so schmerzhaft, Lügen aufzusitzen. Lügen über sich selber, Lügen über die Mangelhaftigkeit, die Beschränktheit, die Lieblosigkeit der Welt. Diesen Lügen aufzusitzen und in diese Realität reinzugehen, das tut weh. Und das muss niemand machen. Wirklich niemand, niemand, niemand. Wir können in dieser Welt leben, ohne dass wir in den Schattenseiten dieser Welt, in die verstrickt sein müssen. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir mehr und mehr Licht generieren, mehr und mehr Göttlichkeit generieren, mehr und mehr Liebe generieren, mehr und mehr Schönheit und Freude generieren. Aber wir können nicht mit den Regeln des Mangels und der Ausdeutung und der Macht eine Lichtwelt kreieren. Wir brauchen neue Regeln. Wir müssen grundsätzlich nach diesen Regeln, nach diesem Wissen leben. Genau, also lieber Annette und alle, die hier noch hier sind, bitte nehmt euch diese Zeit. Wenn ihr nicht ins Programm kommt, dann macht bitte selber die Arbeit. Es ist einfach ein Job, der zu tun ist. Das ist unser Job. Das ist der Job von den Leuten, die es kapiert haben. Wir dürfen diesen Shift machen. Wir dürfen den initiieren für uns selber und für andere mit. Dazu sind wir hier. Du musst nicht mehr suchen, was für eine Berufung du hast. Du hast diese Berufung, diese Welt wieder ins Licht, in die Göttlichkeit, in die Liebe mitzubringen. Das ist deine Berufung. Und wie du das machst, das kannst du machen, so wie du Spaß hast. Aber Hauptsache du machst es. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag. Bis dann. Tschüssi.